In diesem Video geht es um die besten Gartenscheren. Der Qualitätssieger in unserem Gartenschere-Test geht an die Gardena H8853. Die Gardena Gartenschere eignet sich dank eines antihaftbeschichteten Obermessers sowie einem Untermesser aus rostfreiem Edelstahl besonders gut für präzise und saubere Schnitte von Blumen, jungen Trieben und frischem Holz. Die ergonomisch geformten Griffe können stufenweise auf zwei Griffweiten bzw. Schneiddurchmesser eingestellt werden. Die zusätzliche Weichkomponente am oberen Griff sorgt für die nötige Rutschfestigkeit. Besonders praktisch ist die kleinere Griffweite für Gärtner mit kleineren Händen oder für Schnitte kleinerer Astdurchmesser. Die Gartenschere hat eine Saftdrille und einen Drahtabschneider. Dank Einhand-Sicherheitsverschluss kann die Schere einfach geschlossen und sicher aufbewahrt werden. Diese Gardena Gartenschere schneidet einen maximalen Astdurchmesser von 22 mm. Made in Germany. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Gonic Gartenschere. Garten ist oft der Vater der Freude. Gonic immer denken, dass hochwertige, langlebige und bequeme Gartenschere ein Muss für jeden Gärtner ist. Alle Gonic Gartenscheren bestehen aus hochwertigen Materialien und strengen Qualitätskontrollen. Die Klingen sind mit ultrafeiner Poliertechnologie und Teflon- oder Titanbeschichtung hergestellt, sehr scharf und verhindern die Haftung von Baumzellstoff durch Rost auf dem Klingen. Griffmaterial ist aus hochwertigem Aluminium und mit einer Schicht aus PVC umwickelt, sehr weich und bequem zu bedienen. Seien Sie ein guter Partner für Ihre Gartenarbeit. Scharf und zuverlässig, kann leicht für die meisten der leichten Beschneidarbeiten verwendet werden, kann auch helfen, einige schwere Äste mit einem Durchmesser von weniger als 1,9 cm zu machen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Gartenschere-Test ist die Grüntec SK5. Mit ihrer Klinge aus hochfestem japanischem Werkzeugstahl SK5, der speziellen Antihaftbeschichtung und dem gezielten Präzisionsschliff leistet die Klinge der Gartenschere Falke verlässlich Ihre Arbeit für Pflanzen und Blumen jeder Artikel. Sie möchten Ihre neue Gartenschere ausgiebig nutzen und fragen sich, ob Sie die Schere nachschärfen können kein Problem. Die Gartenschere eignet sich für universelle Arbeiten. Sowohl Zweige und Äste, als auch Rosenstöcke, Buchsbäume und andere kultivierte Pflanzen können mit der Schere bearbeitet werden. Die Bypass-Schere eignet sich besonders für Feinarbeiten, da die scharfen Schneiden saubere und präzise Schnitte ermöglichen. Auf diese Weise werden die Pflanzen nicht verletzt und sauber geschnitten. Robustes Allzweckgerät für kleine Arbeiten im Garten. Handliche und ergonomisch geformte Griffe sorgen dabei für erfolgreiches Arbeiten und sichere Verwendung bei jeder Gartenarbeit. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.